Hallo. Hallo. Jetzt bekommst du im letzten Video ein Tutorial heute, wo ich dir geh mit auf, um den, wie man einen Live-Filter hochledet. So. Ja, steht bitte nicht wundern, sieh du Premium, weil das ist Premium-Gut. Und jetzt so einen kleinen Fall, da gehst du hier auf Obladen. Dann gehst du hier Obladen und jetzt dann suchst du dir das Video aus. Ich hab jetzt zum Beispiel ein Video genommen, was ich jetzt aktuell besitze. Dieses Video, was ich jetzt besitze, da klickt er es an, da unten nickt und dann klickt er es an. Okay. Dann kann man das anklicken oder etwas anklicken. Ich will dieses Video anklicken, weil dieses Video ist leider erst in Arbeit. Hier öffnen. So, dann könnt ihr hier einen Namen vergeben. Ich hab jetzt mit OBS. So, ich OBS-Schreibchen, Zuschauer. Beschreibung. Beschreibung. War mal dieses. Dann schreib. Schreiben kannst. LET'S GERSTEN Bald. Jetzt reine Erほしい. Und wo ist OBS? Da kommt O COTTE. õ다고 demiş in EOC? So, jetzt kommt nochmal hier noch ein Bildbuch. Warte, einfach dieses Reto-Button hoch oder so. So, jetzt kommt noch ein Bildbuch. 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 So, jetzt kommt noch eine kleine Bildbuch. Ich schieb das dann weg, momentan startet ihr jetzt einfach die Kamera und dann habt ihr gesagt, ihr habt immer das ganze gemacht und jetzt gehen wir zur Kindereinstellung, weil die Kinder können natürlich jetzt hier Kanal Ablauch, äh, Einstellungen und hier gibt das natürlich so ein Button, äh, guck mal was dann werden, wo sie die Scheiße sind, wo sie die Scheiße sind. Da hier, ich sehe Kinder, bitte unbedingt macht das, kann auch etwas schwierig, aber Werbung deaktivieren kann und auch Werbung im Alt deaktivieren kann natürlich. Und ja, das heißt, bittetische Kinder, das Kindereinstellung prüfen oder das Kind, ja, es ist hochfähig, psychologisch bezahlt, das würde ich gar nicht für Kinder nicht arbeiten. Kinder würden einfach hier nicht mehr für YouTube. Ja, jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr das Ganze macht und wissen, was ihr gelernt habt und, ja, habt ihr was gelernt habt, dann, ihr das gelernt habt, so, dann kriegt ihr das und, ja, das habe ich euch gezeigt, wie das Video, so, von dir auch das Video, ähm, reiche ich mal, dann schreib bitte mal, was du mit der URL-Sache, was mir noch fehlt, den von meinem Kanal abonnieren zu können. Ich stelle auf dem Kanal schon neun Abonnenten. Ich stelle schon neun Abonnenten, ich möchte sehr gerne, dass du eine Sache beachten tust, das heißt, du musst eine Sache machen. Du musst mir meinen Kanal abonnieren. Ja, schreib mir deine Kommentare, ich geb dir dann einen Kommentar dazu, kann ich euch antworten und schick die Seite, schick die Seite, wer ihr Seiten darauf legen könnt, könnte man mich, die Seiten, Facebook und Facebook, Instagram, YouTube, Twitch und Twitter. Und, ja, 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 habe euch gezeigt, dann war ich schon erfolgreich gewesen und dann alles über, irgendwie das Hochleben und das Beachten müssen. Ja, danke, tschüss, mach's gut, ganz gut, tschüss. Pa, tschüss. Gut, tschüss, mach's gut, tschüss. Vielen Dank.